Ich bin in Klobuku geboren und 1973 nach Deutschland gegangen. Ich habe ein riesiges Stadion gebaut, ein Tenisplatz. Und jetzt bin ich zurückgekommen von meiner Heimat und ich habe nichts da. Keine Leute, nichts. Alles weggewandelt. Ich bin in Klobuku geboren. In Klobuku gibt es 3.000 Menschen. Und jetzt gibt es 800 Menschen. Alle jungen, die nach Deutschland gehen. Wir sind hier verletzt. Wenn die Leute gehen, das ist perfekt. Hier leben wir von alten Leuten. Es gibt keinen Stress. Du bist hier und du bist für diese Welt. Nichts anderes. Wenn wir uns vergessen haben, dann ist es perfekt. Der Zukunft ist schlecht, weil es kein Zukunft für die jungen Menschen gibt. Du musst nach einer größeren Stadt gehen. Du musst einfach. Es ist schwer, wenn du es denkst, um zu leben. Weil es jemanden will, dass du einen Job oder die Möglichkeiten hast. Du wirst. Du wirst. Ich denke, dass ich das nicht verlassen werde, weil ich wirklich emotional bin. Wir sind alle eine große Familie. Ich denke, dass es keinen besseren Ort in der Welt gibt. Und das ist ein Problem.